Das Feedstar-Fütterungssystem mit automatischem Restfutteraustrag revolutioniert die tägliche Fütterung ihrer Tiere. Sowohl das mehrmalige Futteranschieben als auch das tägliche Auskehren des Futtertisches gehört mit diesem einzigartigen System der Vergangenheit an. Seit mehr als 50 Jahren produziert die EDA GmbH diese patentierte Fütterungstechnik im schönen Oberbayern und liefert seit jeher höchste Qualität und Know-how. Über eine Winde wird das bis zu 70 Meter lange Futterband in den Stall gezogen. Die Tiere gelangen leicht über die gesamte Breite an das Futter. Bevor eine neue Fütterung beginnt, zieht eine Rückrollvorrichtung das Band wieder aus dem Stall und trägt das Restfutter automatisch ab. Somit bleibt der Futtertisch immer sauber und hygienisch. Sowohl die Winde als auch die Rückrollvorrichtung werden von einem robusten und ruhig laufenden Elektromotor angetrieben. Wir haben uns vier Betriebe, die Feedstar nutzen, genauer angesehen.